Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich habe keine Ahnung. Es ist sehr schwierig zu sagen, was man da eigentlich tut. Es gab keine Komposition mehr in dem Sinne, sondern nur noch dieses ganz intuitive Musizieren. Eine Bedrohung, weil man trotzdem die ganze Zeit merkt, dass einem das verendet. Es gab keine Ahnung. Es gab keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist was Unterbewusstes, was da stattfindet. Man startet ein Experiment und danach hast du eine Stunde Zeit zu sehen, ob es irgendwie funktioniert hat. Man kann es ja an den Gesichtern sehen, die Leute verlieren auch irgendwann ihr Gesicht. Das macht mich denken, ich wünsche mir mein Set besser. Ich wünsche mir, wenn ich dich hörte, ich würde mein Set komplett besser machen. Ja? Ja, ich würde es ein bisschen mehr sensibilisieren. Ich war überleicht, ich war zu machen, ich war zu machen, ich war zu machen, aber du warst sehr klar zu der Musik. Und ich dachte... Ich wollte nur, was ich heute wollen. Ja! Das ist das... Und das ist die Liebe von solo zu spielen, nicht wahr? Du kannst du was du willst. Ja. Du kannst du alles kontrollieren. Du kannst du alles kontrollieren. Du kannst du alles kontrollieren. einfach musst du alles kontrollieren. Das nicht mehr. Du kannst du auch ein Musik? 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 No, Musik. Nein? Nein, es ist schon so. Was ist deine Improvisation mit Messer Yazdanyan? Hast du einen iranischen Element? Ich denke, in dem Anfang haben wir versucht, dass wir ihn an seinem Ort befinden können, aber wir haben ihn an seinem Ort, und da war ein Piano, und wir trinken einen Tee, und dann spielen wir das Piano zusammen. Ich denke, das ist verrückt, dass man diese Person nicht kennt, aber wenn man zum Piano geht, der Zeit fließt, glaube ich, 10x schneller, und dann kommt man näher und näher, und dann ändert man die Perspektive. Willst du mir ein Sign geben, oder soll ich in, wenn du... Mostly, ich gehe für das. Wenn ich mit diesem Rhythmik... Okay, dann... 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 Und dann... Ich denke, wir sollten sie in eine noch auf das Surfacert werden, und dann wieder die Übersetzung. Und die Rhythmik kann es sich ändern, Wenn es nicht ... Wenn wir die Position ändern wollen, kommen wir zu diesem. Perfekt. Und dann, ich gebe dir den Pedal. Okay. Ich gebe dir den Pedal. Ich gebe dir den Pedal. Ich habe dir eine Sitzung in deinem Musik gesagt, dass die Musik nicht existiert, sondern dass die Musiker existiert. Was passiert zwischen dem Musiker und dem Listener. Kannst du dir ein bisschen erklären? Das war total interessant für mich. Ja, ich werde versuchen. Ich habe alles versucht kryptisch zu gestalten. Die Titel, die Metaphern, Tag und Nacht, Strom. Alles ist weit rausgezoomt und jeder kann seine eigene Welt so reingebären. Aber es ist unglaublich, was man im Feedback erkennt, wie nah es dran ist. Du wirst sehr direkte Dinge, sehr intime Dinge gefragt, die genau mit dem und dem Stück zu tun haben. Das sind Gespräche, die man eigentlich aus seiner persönlichen Schutzhülle niemals in Erwägung ziehen würde. Einfach aus einer völlig grundsätzlichen Vertrautheit. Ich bin nur noch Katalysator zwischen diesem 90 Minuten Prozess da und jeder landet eigentlich bei seiner Geschichte. Ich bin nur noch Katalysator zwischen diesem 90 Minuten Prozess da und jeder landet eigentlich bei seiner Geschichte. Ich würde nur gerne bedanken, es war echt ein Freude zu sein, und ich hoffe, dass ich die Chance zu sehen, dass du wieder performst. Vielen Dank. 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 Es ist wie in deinem eigenen Bumble. Ich war in meinem eigenen Bumble. Sie war. Ja, ja. Das ist ein guter Wissen. Ich bin auch. Aber ich weiß nicht, dass du sieben oder acht Stunden spielst. Wenn ich sieben oder acht Stunden spielst, dann vielleicht verlieren kann ich das Gefühl. Ich weiß nicht, was ich nicht sicher. Aber ich mag nur eine Stunde spielst, um mit mir zu spielst. Es sollte nicht länger sein. Ich mag es. Ich mag es. Ich mag es. Ich mag es. Hallo! Entschuldigung? Hallo! Er ist für heute an der St. Davids Church. Was ist der Name? Martin Kohlstedt. Wir sind die Crew. Was ist der Name? Martin Kohlstedt. Martin Kohlstedt. Martin Kohlstedt. Sie sind der erste zu nutzen? Ja, es ist eine Band vorher. Für 30 Minuten. Sie sind alle Elektronik. Also sechs Stereo-Obs? Das, zwei Channels. Das, zwei Channels. Und ein Channels für den Spiegelack. Wie sind Sie? Es ist schön, mehr Zeit zu haben. Ja, wie du. Ich habe keine Zeit. Ich habe zähne Zeit. Ja, okay. Ja, fünf Minuten lang. Sie sind von 7.30 Uhr bis 7.55 Uhr. In fünf Minuten und du bist auf. Das ist richtig. In 1,5-6-7-6-8-7. In zwei Minuten und du bist auf. In zwei Minuten. Wenn Sie nicht zu Ich will frei werden, will mir aber auch nicht einreden, dass es um Freiheit geht, weil dann konstruiere ich sie. Und genau aus diesem Grund darf ich nicht komplett in mich vertrauen. Ich muss das weiter bewachen, dass die Nummer ehrlich läuft. Und das wird schwerer und schwerer mit allen Leuten, die ihre Wertung und ihre Betrachtungsweisen damit reingeben. Hey, Jay. Mühe oder was? Geil, die typische Zeit davor fährst du nochmal schön runter. Und diese Nacht muss ich auf jeden Fall mal schlafen. Das wäre geil. Zuhause dann. Geil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020